Hallo, hier ist Ronja und wir sind heute alle als kleine Osterhäschen, äh, naja, verkleidet, was auch immer und spielen mal wieder nach Ewigkeiten auf der Schulmap diesmal zu viert, so wie immer mit dem Julian und dem... Hallo! Hallo! Ja, ich werde euch alle töten. Okay, und genau, dann würde ich sagen, das ist der Anfang. Yee-hard, ich drücke Start, okay? Frohe Ostern! Starte! Okay, perfekt. Tops, Wolf! Tops, Wolf, ich bin nicht klar. Nein, ich bin nicht... Du bist ein Hase, liefere alle Eier aus. Okay, ja. Oh, okay. Außer ein Tops, der kriegt keiner. Au! Oh, okay. Ich weiß nicht, wer ein Tops ist. Ich würde gerne einen Tops schlagen, aber... Ich weiß auch nicht, wer ein Tops ist. Stimmt, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, ne? Letztes Mal, wenn wir immer die gleichen Skins drin hatten, war es so, dass man die Rüstung sehen könnte. Ich glaube, das haben wir jetzt raus gemacht. Da wissen wir nicht, wer ein Tops ist. Können wir nicht... Ja, wir wissen nicht, wer ein Tops ist. Wir können Tops nicht... Ah, hier ist jemand mit einem Schwer. Wir können Tops nicht rein, okay. Nein, heim Herzen. Au! Nicht auf die Eisenkitter. Wirst du noch der Eisenkitter? Bist du noch der Eisenkitter? Ja, stimmt. Ich glaube, die Eisenkitter, weil sonst... Nein, weg. Böser. Nicht. Also nicht auf Eisenkitter draufsteigen. Nicht auf Eisenkitter draufsteigen. Ey, wer ist denn jetzt der Wolf? Ich bin nicht der Wolf. Ich glaube, Julian war der Wolf, hat er gesagt, ne? Tops ist schon der Wolf. Ich bin nicht der Wolf? Ich bin nicht der Wolf? Ich bin der Gummiball. Aber ich finde das so eine gute Idee, mit den Sachen nicht anzeigen lassen. Das ist legit echt krass. Ja, und das ist das einzige, was jemals deine Idee war. Hahaha. Wollen ihr meister? Oh. Du warst mir das nicht kaputt. Nein, ich finde es legit, ist es eine gute Idee gewesen, Schatz. Danke, Tobias. Ich gebe dir den Credit, den du deservst. Du hast es gut gemacht. Tobias. Tobias. Was? Starke Leiste. Ich habe eine Unsichtbarkeit zu treffen. Oh nein, ich bin gekickt, war dich schon schön. Oh nein. Okay. Oh je, Flo hat es kaputt. Warte, dann ist Flo nicht der Wolf. Äh, wieso? Äh. Flo ist gelieft und direkt wieder gescheuert. Wenn Flo doch draußen war und dann würdest du... Ja, ja, ich hatte gerade nur... Nein, 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 nein. Das hatten wir schon mal. Der Wolf lief, dann geht es trotzdem weiter. Also, das heißt nichts. Okay, okay. Wenn wir den Realm nochmal so... Ich habe Gift. Ah! Ich hasse dich, Tobias. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein, ich sterbe. Kann ich für Emeralds schon irgendwas kaufen? Tobias, auf zu lachen. Du lachst in Depp. Äh, ey. Ist auch noch Spaß. Wenn du lachst, dann lass mich hier lachen, ey. Wer ist ihm... Wer ist ihm... äh, Dings... Ich bin's nicht. Ich bin draußen. Okay, es ist Tobias. Ich werde Tobias. Ich werde Tobias random können. Ich entschuldige mich. Okay, tu das, Julian. Ich bin da. Aber ich hab... Jojo, ich werde dich auch nicht verdichtigen. Ich sag, du darfst es machen. Niemand wird dir hier verurteilen. Aber ich hab drei Herzen. Au! Ja. Wo ist das? Jojo, du kannst es schaffen. Nein. Ey, wer da ist mir hinterher? Wann, Jo, hör auf ihn zu motivieren dazu. Ich bin im Kunstraum. Ich bin im Kunstraum. Geh jetzt mal einen Schlagstock kaufen. Okay. Guter Start. Randomizer. Wup. Ich hab ein Is-mich. Oh nein. Ich hab ein Is-mich. Die gute Is-mich-Pille. Oh, oh. Ja. Wer soll ich dir deine Sachen kaufen? Flo, komm mal her. Was willst du denn du haben? Nein! Ich kann dir natürlich nicht aus dem Wolf-Shop was kaufen. Das ist alles. Das geht natürlich nicht. Wer von euch nennt ein Eisenschwert? Wer von euch nennt ein Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab ein Eisenschwert. Wir haben ein Steinschwert. Ronja? Ronja ist doch ein Eisenschwert. Aber ich hab dich nicht angegriffen. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ist es Flo? Flo hat ein Eisenschwert. Ja, das bin ich. Hier kannst du für mich was kaufen. Ich hab ein Steinschwert, by the way. Nicht die Pille. Nein! Abgezogen. Kauf für was! Abgezogen. Warte, 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 ich kauf dir auch. Klicker, klicker, klicker und... Nein! So kipp ich! Okay. Du hast alle meine Rubies und Emeralds geklaut. Es war nicht viel, es war nicht viel Emeralds. Es waren 40 Emeralds und 10 Rubies. Ich hatte schon einen Stack Emeralds. Bist du tot, Julian? Nein, das sind nicht alle meine. Das sind echt alle meine Emeralds. Au! Ich dachte, Julian. Okay, Julian. Entsgegenz. Wo braucht ihr? Er will mich genockt in der Schule. Im Sportunterricht. Okay, ich komme. Du kannst nicht richtig reden, oder? Ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier. Ich kann auch überhaupt nicht reden. Das ist furchtbar. Also, Ronja. Ich gehe zu dir. Ey, ich kann keinen Trank ins Lebenskopf. Ich kann keinen Ausmal an. Viele Lederkappen an. Willst du vielleicht eine davon haben? Warte. Ich mache Wolfsucher. Ich mache Wolfsucher. Ent... Entweder... Äh... Äh... Leute. Der Wolf sieht nämlich, wer wer ist. Entweder... Leute. 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 Äh. Entweder. Entweder es ist, oder? Flo, 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 Flo. Flo. Entweder. Leute. Leute. Ein... Weißt du was? Ich fühle mich genetert. Ich gebe dem Diamant Schwert. Nein, du bist irgendwo auf der map. Ich bin im Pool zum Beispiel. Entweder es ist Leerzeichen oder tobst ein Wolf. Ich bin kein Wolf. Irgendwo habe ich das Pool verpackt. Da ist nämlich Eis aber nicht ganz zu. Ich bin wirklich kein Wolf. Entweder Leerzeichen oder tobst ist der Wolf. Ich sehe da jemand in der Schwimmhalle. Wer ist das? Ich. Warte, ich zeig dir, dass ich's bin. What the heck? So ist es so schön, dass du es da hast. Okay, Essie. Entweder ist der Wolf. Ja, das ist jetzt also die Beweislage ist recht erdrückend, tobst, könnte man sagen. Was machen wir denn jetzt? Nein. Au! Lass tobst killen. Ja. Aber zusammen bleiben. Das Problem ist halt, wo ist tobst? Was? Ich kann keine... Ich bin unsichtbar. Okay, wer ist das? Das bin ich, der grad springt. Okay, okay. Das stimmt, du hast'n Schlagflug. Ich bin kein Wolf, aber wenn ihr das glauben wollt, dann glaubt mir das. Wegen gift, wegen tobst. Da schenke ich dir. Oh Mist, okay. Da, nehm das. Ich kann nichts damit machen. Ich will keine Velocity. Ich bin auch keine... Nein, wer los dir hat Julien Dage gegeben. Ja, ich weiß. Wo, 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 wo? Kann man sich denn im... Weil ich so voll da kann ich... Okay. Ja, okay, den kann man sich mal holen. Hallo. Ich hab' mir auch mal jemand ein Case. Ich kann mir keine Sachen kaufen. Boah, hast du genau... Warte mal, wie viel brauch's noch? Du hast doch ein Dia-Schwert. Achso. Ja, aber ein Case vom Bessersand theoretisch. Ich hab' genau ein Dia-Schwert auskriegt. Flo, du brauchst doch irgendwie 15 Gold. Ne, 16... Ne, war da 11 Gold. Du, das ist ein schlechter Wolf. Okay, dann weißt du was? Dann weißt du was? Topps schlingt nach Wolf. Ich geh zu mir in die Sandkisse ran. Topps, wo bist du? Komm her. Ich versteck mich jetzt im Müller-Mach. Schau mal, wo ich jetzt bin. Ich versteck mich jetzt im Müller-Mach. Äh, das bin ich. Ich spring' grad. Ich bin hochgefallen. Oh, dich hat niemand gesehen. Hast du eine Ender-Perle? Hast du Emeralds? Ich brauch' Emeralds. Ne, ich seh' dich sogar. Ehrlich? Oh nein, ich hab' super Play-Emeralds seh' ich gerade. Oh! Weißt du was? Da hol' ich mir doch eine Lebensrette. Ich hab' ein Turtle-Trunk. Du bist langsam, aber dafür resistent. So wie ne Schildkröte halt. Ja, ja, genau. Uuuhh. Gängst du raus. Und Topps hat verloren. Oh! Hä? 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 Du bist der Jodler. Hä? 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 Eigentlich sieht's aus, als ob's trotzdem läuft, oder? Hä? Ja, aber... Aber wenn der Wolf... Ja, der Wolf ist, sag' mal... Ähm... Illusion von Handeln. Nein. Wird schon gehen. Äh... Was? Wo seid ihr? Ich bin hier. Ich bin angegriffen von dem aggressiven Tobias. Ah! Was? Ah, ein Lucky, ne? Hallo, wer ist das? Hallo. Wer ist das? Ah! Ist das? Nein! Wer ist das? No! Au! Ich hab' entschlagen, ich hab' entschlagen. Was hat denn? Ich bin jetzt kein Wolf mehr. Okay. Ich weiß' welches zählt. Au! Ey! Hä? 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 Wer hat denn zweimal gedrückt? Hä? Hä? Also, hat die mal zweimal gedrückt? Nee. Hä? Ich bin, ich fühl mich sehr so... Pfff! Aber gib mal kurz Milch, bevor du neu startest. Nee, das geht... Alle Effekte werden, wenn Glotzen gesammelt. Ja. Wollt' ich noch eine Runde machen, oder? Ja. Wollt' ich noch eine Runde machen, oder? Ja, ich mach' mal nicht so viel. Ach so, ja gut. Okay. Ich bin eine Katze! Oh, ey! Ich bin noch Schauf! Jozef! Ich bin Jozef! Okay. Ey, du weißt, das ist von unfair. Flucken, das sollte es eigentlich gut können, aber er kann's irgendwie nicht. Wieso sollte er das gut können? Weil Österreicher ist und Österreicher können Jozef! Ja, aber muss Österreicher gut Jozef können? Julian, was sagst du dazu? Nächstens, längstens wollen wir als Österreicher hier am Berge oben, Tops wohne ganz unten irgendwo hinten. Aha. Wir haben den Highgrounds. Siehst du? Wir haben den Highgrounds, wo es bergig ist, bl 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 bl. Ja, das ist ja. In Österreich ist es auch flaches Land und nicht mehr. Ja, genau. Das ist vielleicht die... Ich hab' nicht durchschaut, Flo. Das ist auf'n'Berg, Leute. Das ist auf'n'Berg, Leute. Das ist auf'n'Berg, Leute. Das ist auf'n'Berg. Ich weiß, das ist ein bisschen viel verlangt. Also, jetzt will sogar ich würd' liken, Leute. Bitte stoß mich nicht auf'n'Berg. Wir gehen gar nicht auf'n'Berg. Also, die Kletterfunkke. Ah! Okay, stimmt, diesmal geht's nicht. Nee, gehen wir diesmal wirklich mit Kletterfang? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist the plan? Ich sag's, Tobs ist es. Hm. Ich find's gut, dass du gesagt hast. Keine Ahnung, Tobs. Bist ich dabei? Ich weiß. Keine Ahnung, warum? Warte mal. Ich bin im Schwimmbad. Wo seid ihr? Ich bin nicht schwimmen. Ich bin hier zu Hause. Okay. Cool. Ich seh mir jetzt die Kisten im Schwimmbad. In Tobs in dem Gehirn ist einfach nix drin. Das ist ärgerlich. Aber das wussten wir schon. So hat keine Freundin. Tobias! Ich könnte jetzt was raushauen, aber... Ich weiß, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja? Ja. Ja, Tobs. Ich sag's nicht. Wir sagen's nicht. Wir wollen deine Ehre wahren, oder? Weil's noch übrig ist. Ah, danke, Ronja. Ich hätte dich auch so für euch verliebt. Ja. Wir sind ja auch. Freunde sind ja auch. Ich bin... Oh mein Gott. Was? Ich bin... Ich bin... Oh mein Gott. Ich bin einfach grad 10 Meter runtergeflogen. Okay, Leute. Okay, Leute. Komm ins Pool. Komm ins Pool. Und geht ganz rauf zu dem... Wie heißt's? Geht ganz rauf zu dem Sprungbrett. Okay. Pool. Sprungbrett. Ich brauche Enderpellen. Geh mal ganz drauf. Nicht in den Pool gehen, Ronja. Nicht in den Pool gehen. Nee, ich hab' ich verpackt. Nee, nicht in den Pool. Du brauchst die Treppe bis zum höchsten Sprungbrett. Wie komm ich denn da hoch? Achso, da ist noch mehr Treppe. Hallo. Wer ist gerade im Geheingang gegangen? Topsel ist Topsel. Spaß. Okay, und Ronja. Geht schon raus. Alter, ich hab... Warte, warte. Komm ich da hin mit einer Enderperle? Von außen, ja. Von innen nicht? Wo seid ihr? Wo denn? Komm mal in... Du bist das. Du bist das. Du bist das. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Ja, das bin ich. Du kannst. Du kannst hoch. Du bist schon draußen. Du kannst Party machen hier. Tops. Hä? Nein, 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 nein. Mich im Klo. Ey! Okay. Okay. Klar. Asio! Ah! Was ist passiert? Oh mein Gott. Kill doch dann nicht direkt. Köln dir. Köln dir. Was? Der Golf geht sie. 120 FPS. Ah! Ich bin sicher, dass du nicht selber schreiben sollst, wenn du Rondolf bist. Ja. Ja, doch eigentlich schon. Jetzt kommt er mit dazu. Oh mein Gott! Ey Tops, wenn du Wolf bist, dann schreit mal wie ein Mädchen. Tops, wenn du Wolf bist, dann atme jetzt. Was? Tops ist Wolf. Ja, weil er geatmet hat. Nö, Tops atmet gerade nicht. Wahrscheinlich lief er gleich. Tops kann gar nicht atmen. Tops weiß gar nicht wie Atmen geht. Tops ist ein Fisch. Tops mach mal Blub, wenn du ein Fisch bist. Tops, Tops mach mal Blub, wenn du ein Fisch bist. Tops, 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 ich mach mal Tops, Challenge für dich okay? Wenn du nicht der Wolf bist, mach die Challenge. Halb mal 15 Minuten. Die Schwert. 5 Minuten. Ich glaub da, was am Weltrekord ist, glaub ich, 8 Minuten oder so. Nee, war das nicht eine halbe Stunde? Halbe Stunde? Also wer eine halbe Stunde seine Luft anhalten kann, der ist auch. Also. Ja, du, was ist mit dem? Bonja, ha? Willst du was jetzt gegen meinen Onkel sagen, oder was? Nein. Ich kann kein Randomizer kaufen, wieso? Ein Randomizer. Ey, ich bin angerafft. Ey, ich bin der Wolf. Tops ist Golf. 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 Ich bin der Röderweiter-Kaufmann, ich kann es nicht tun. Irgendwo geht die Tür auf. Irgendwo geht die Tür auf. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Boah Flo, wirklich? Ich bin im Büro. Ich hab keinem mehr gefunden, aber ich weiß nicht, wo der aufkommt. Boah, wo heftig einst. Ey, du schlagst dich und sagst, ich werde angegriffen. Okay, Tronne ist es. Ja, sorry, sorry, ich hab gedacht, du rast dich an. Oh mein Gott, ich hab grad, ich hab grad mal richtig geiles Secret gefunden. Ich würd den mehr geben, aber ich hab nichts. Guten Durst. So, ich suche weiter Kiste. Oh mein Gott, ich hab auch gerade 20 Rubies gefunden. 20 Rubies gefunden. 20 Rubies gefunden. Ich hab grad ein Schild gefunden, ich hab drauf. Hashtag Toops stinkt. Ey, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das, wer ist das? Wer ist das? Und Toops ist tot? Und Toops ist... Ne, Toops ist tot. Ach so. Ja, und Toops ist der Wolf. Oder ist er tot? Weil wenn du drei Minuten an der Wolf bist, bin ich nicht neidenschaftlich gerade. Ich bin nicht am Ende an der Wolf. I wish. Was hab ich jetzt mit Toops? Lebt da jetzt noch? Er ist der Wolf? ja okay das kann auch sein wahrscheinlich hat er den fake schon benutzt das hat ja immer so eine dinge dass man weil die fähigkeiten wenn den fähigkeiten benutzt nach zwei drei sekunden jemanden sein wer von euch ist außerhalb im wald keiner ist außerhalb im wald wahrscheinlich ja ja wenn du einen siehst draußen nicht mehr aber dann lebt haupts nach im wald wo denn im wald im wald ist hier irgendwo wirklich wald leute ist meine birke hallo bist du ein fluch und vielleicht war nein ich habe nur was weißes gesehen mitten im ding so dachte aber es gibt eine birke auf dem wald anscheinend oder bin ich da wo ich bist du der wald bin ich der wolf und ja ich weiß nicht bist du dabei ich golf war eigentlich richtig randolf also ich kann nicht gewollt sondern oder oder geht das geht es geht es was geht kannst du da noch niemand von uns außerwählter übrigens außer was außerwählter und die jodler richtig rand doch das war ich doch zwei schon mal zwei mal dort ist mal zwei aber nicht alle drei ich war da mal wolf nach war ich jodler und aggressiver tobias oder richtig randolf bitte ich habe so viel dings hier ich kaufe mir jetzt mal was ich gönne wo bist du gefallen ronja ist so stark der wolf dass ich selber kill im wald ist gar tötte ich mich halt einfach selber ich suche ich will an diese kiste da draußen dran aber ich komme nicht dran ich suche ein solster wolf ist dann ist er grad absolut schlecht und wenn der andere ist dann ich bin wirklich nicht der wolf oder hat jemand vier rubies für mich ich bin im turmsaal ich bin im turmsaal ich logge an the chests im water hier in den wasser-tings in gründen der turnhalle war niemand soll ich habe ich verredet ich habe gewonnen volkssucher entweder tops oder julian ist der wolf es hilft uns gemacht hat aber ich habe mir noch angezeigt werden wenn er schon totes danke oh mein gott wer ist das ja ich bin ich dachte ich bin vom pool ich war nicht vom pool ja hier bist du noch weg ich hab super was ich bin ich super schnell was als er 1 gegen 1 1 gegen 1 ich hab jetzt 1 gerne jetzt kommt dass die turnhalle wirst du schon mal kommt es geht es nur die richtung da drüben steht ja 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 doch ja oh mein gott was darf ich mir noch 20 sekunden oder so ich hab tops zusammenkrieg jetzt immerhin der wolf hat gewonnen ja ich hab gewonnen achso julian war da das war's mit der folge wenn dir das gefallen hat dann lasst einen am hoch da maincraft osterhase maincraft osterhase osterhase genau macht's gut bis zum nächsten Mal tschau tschau